So, hallo und herzlich willkommen noch einmal ganz kurz zum JFD Live Trading TV zur US-Markteröffnung. Joe Jones zurück mit einer 20.000er Marke, trotz eines, ja alles in allem irgendwie durchwachsenden Arbeitsmarktberichts. So, Tab Stummschalten, also man kann mich hören und man kann auch das Bild sehen, das ist schon mal sehr schön. Also, sicherlich, auf den ersten Blick denkt man sich jetzt, wovon redet der Mann? Ja, 227.000 neu geschaffene Stellen ex agrar, 175.000 wurden erwartet, ist doch eigentlich bombig, kann man sich doch nicht beschweren. Das ist absolut richtig, nur zwischen den Zeilen halt sehr, sehr durchwachsen, denn die durchschnittlichen Stundenlöhne sind bei 0,1% rausgekommen, bei 0,3% erwartet und die letzten wurden deutlich nach unten revidiert, auf nur noch 0,2%. Die alten Daten, also aus dem Monat, na, ist jetzt der Jobreport für Januar gewesen, also für Dezember, sind ebenfalls nach unten revidiert worden. Unemployment Rate ist nach oben getickt, das heißt also, wir haben jetzt 4,8% Arbeitslosenquote. Jetzt kann man natürlich dann auf der Kehrseite argumentieren, dass wir hier einen Anstieg der Fulltime Jobs von 457.000 zu sehen bekommen haben. Gleichzeitig sind allerdings die Parttime Jobs um 490.000 eingebrochen. Ja, so kann man das dann auch argumentieren, dass das doch eigentlich alles gut ist und eigentlich ganz grundsolide ist. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, schaue ich mir die Reaktion im US-Dollar an, dann ist relativ offensichtlich, dass das nicht bullish ist, dass dieser Datensatz nicht so gewertet wird, wie man ihn jetzt auf den ersten Blick werten würde, wenn man jetzt nur die nackte Zahl, 227.000 neu geschaffene Stellen sehen würde. Der US-Dollar reagiert initial bullish, wird jetzt allerdings dann tatsächlich abverkauft. Die RDP-Zahlen haben auch einiges an Erwartungshaltung vorweggenommen, selbstverständlich. Das heißt also, ist auch einiges eingepreist worden. Müssen wir jetzt mal schauen, ob es zu einem Close-Wochenschluss oberhalb von 99,50 reicht. Fakt ist auf jeden Fall, dass sich Gold einigermaßen stark präsentiert. Also das heißt, wenn wir uns mal hier den 15-Minuten-Chart Gold anschauen, dann sehen wir initial eine erstbärische Reaktion und jetzt starten wir auf der Oberseite durch, wie erwartet, möchte ich fast sagen. Das war das, was ich ja im Morning-Meeting meinte auch und was ich dann nochmal relativ viel sagen auch in der Trading-Chatbox bei mir auf dem Stream geschrieben hatte. Also insgesamt wünsche ich mir eine Zahl, die oberhalb der Erwartung liegt, möglichst auch oberhalb von 200.000, das ist rein psychologisch so eine Sache, die initial einen bullischen Impuls auf den Weg bringt und dann allerdings abverkauft wird. So weit, so gut. Und bedauerlicherweise, und das wird der eine oder andere jetzt hier sehen, bedauerlicherweise hat dieser Impuls im Silber leider nur bis rund 1726 gehalten. Also das heißt, ich habe leider hier keinen Fill bekommen. Auf der 1712 habe ich meinen Beile mitstehen gehabt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, vor allem weil wir jetzt auch sehen, dass Silber tatsächlich anzieht. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, ja, kauf doch jetzt. Also ich meine, rein saisonal spricht ja einiges dafür. Wir sind jetzt auf dem selben Niveau wie hier am Tag zur Eröffnung des saisonalen Patterns zum 1.2. Also eigentlich ist diesbezüglich doch alles noch im grünen Bereich. Das ist absolut korrekt, denke ich. Also das kann man so argumentieren. Nur ist die Sache halt die, dass mein Rücklauf hier gegen diese alten Hochs auch ein klares Stop-Level hatte. Und da sehe ich halt jetzt derzeit das Problem, dass ich zwar eine Trefferquote von 75% habe bei diesem saisonalen Muster und ausgehend hiervon, selbst mit einem CRV, welches kleiner 1 zu 1 ist, einen positiven Erwartungswert bekomme. Es ist aber so ein bisschen gegen mein Trading naturell, sage ich mal. Ich möchte ein CRV und ein Französisches Verhältnis von 2 zu 1 haben und das ist der Grund, weswegen ich mich hier diesbezüglich eben so ein bisschen zurückhalte derzeit und eben nicht aktiv werde. Ich hätte den Fill gerne zu sehen bekommen auf der Unterseite, aber leider steht die Order eben hier noch im Markt und wartet darauf, ausgeführt zu werden. Ich bin sogar jetzt geneigt, tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Order auch zu löschen. Mir das Ganze vielleicht nochmal die kommende Woche anzuschauen. Zack, Order löschen. Denn, wie gesagt, das Muster als solches ist nicht mehr aktiv. Ich finde jetzt aktuell tatsächlich den DAX wieder interessant. Ja, also auch in den Wochenschluss hinein. Das Einzige, das habe ich jetzt schon eigentlich vorweggenommen, es ist der Wochenschluss. Deswegen, da bin ich jetzt nicht geneigt, eigentlich dann nochmal draufzuhalten. Aber ich sage mal, es ist schon sehr, sehr interessant zu sehen, dass der Dow Jones über 20.000 Punkte steigt. Wir sehen eine wirklich starke Eröffnung. Also, muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt hier von 15.30 weg, nach ein bisschen geplänkelt seitwärts, nach viertel Stunde, haben wir jetzt diesen Zug über die 20.000er-Marke zu sehen bekommen. Und gleichzeitig ist der DAX regelrecht abgestürzt, muss man fast sagen. Also, regelrecht abgestürzt, muss man in Relation setzen zu dem bisherigen Kursverlauf. Initial bullische Reaktion auf die NFPs und wird anschließend abverkauft. Testet sogar die Region um die Tagestiefs. Und verharrt innerhalb derer in dieser Region, während der Dow Jones im Bereich seiner Tageshochs verharrt, wo man sagen könnte, früher oder später wird es da vielleicht mal einen kleinen Rücksetzer, eine Korrekturbewegung geben. Und dann stellt sich schon die Frage, was passiert denn im DAX? Rutscht der nochmal auf neue Tagestiefs? Falls ja, wir sind dann relativ zügig auch in Schlagdistanz nochmal zur 11.600er-Marke. Wir sind daraufhin in den Wochenschluss hinein. Das bedeutet also, das Marktumfeld, das dünt jetzt so oder so aus. Das ist diese grünfarbene Linie. Und das heißt, anders sollten wir da drunter fallen, dann könnte es nochmal ein bisschen unangenehm werden tatsächlich. Wobei, wie gesagt, es ist der Wochenschluss. Und ich bin an dieser Stelle nicht mehr wirklich jetzt willens in irgendeiner Weise, mich zu positionieren. Das bin ich nachmittags sowieso schon nicht, schon gar nicht im DAX. Und dann der Wochenschluss, jetzt kurz vor Xetra Ende 17.30 Uhr und dann an einem Freitag. Das ist erfahrungsgemäß nicht mehr das Umfeld, in dem du riesengroße Sprünge erwartest. Aber gleich zum Montag könnte es halt unglaublich interessant werden. Denn da wird die 11.600er-Marke, so wie sich das Bild aktuell dasteht, wieder im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Und eventuell wird dann der Bruch erfolgen. Und dann kann es zügig auch mal richtig abwärts gehen. Ein Test der Vorwochentieps um 11.500, 530 Punkte anstehen. Und wenn dann ausreichend Nervosität in den Markt kommt, dann steht auch durchaus ein Lauf unter dieses Level und ein Test der 11.400er-Marke eben zur Debatte. Und in diesem Zusammenhang ist es dann eben so, dann muss man sich klar machen, dann wird es wirklich eng für die Bullen. Dieses Level gilt es auf jeden Fall zu verteidigen. Sollten wir nämlich unter dieses Niveau fallen, sind in den Folgetagen nochmal etwas schärfere Kursabschläge tatsächlich dann einzukalkulieren. Kommen wir zurück zum Dow Jones. Also ich bin hier aktuell etwas überrascht, ob der Stärke, kann mit der nicht wirklich was anfangen. Also sage ich ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich daran Positives sehen sollte. Bin auch weiterhin für den Dow Jones tatsächlich eher bärisch eingestellt. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, dass wenn ich auf der, und das ist nicht ganz richtig, das ist nicht der Daily, sondern das ist hier der Stundenchart. Wenn man natürlich sich das Bild jetzt hier anschaut auf der Stunde, dann muss man natürlich auch wiederum zugestehen, wir haben jetzt nach dieser Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs hier und dem nicht erfolgten Rücklauf über diese am vorgestrigen Tag, also am Mittwoch, haben wir diesen Rücklauf jetzt gerade zu sehen bekommen. Also eventuell ist das auch eine marktechnische Reaktion, die gerade den Dow Jones da so ein bisschen treibt. Wobei natürlich jetzt mal abzuwarten bleibt, ob dieser Modus sich da oben nicht ein bisschen stark überdient darstellt. Also das heißt also kurzzeitig sind da durchaus mal Rücksetzer denkbar. Heißt anders formuliert, wenn ich ausgehend von der Open Range hier den Dow Trader, dann würde ich zum Beispiel den aggressiv in diesem Bereich shorten, mit Stops oberhalb der Tageshochs. Oder vielleicht würde ich sogar einen kurzen Spritzer über das Tageshof abwarten und würde solch einen Break dann faden. Und dann mit einem ATR-Stop arbeiten, also sprich ich würde warten, dass so ein kurzer Spruch kommt, der ist aber nicht nachhaltig, das ist ein Fehlausbruch. Und dann, also das nennt man dann in der Trader-Fachsteigerung Faden eines solchen Breakouts. Und dann könnte man hier sich die ATR anschauen, die durchschnittliche Schwankungsbreite der letzten 14 Kerzen. Die verläuft aktuell bei 15 Punkten. Könnte man mit einer ATR von 2,5 bis 3 arbeiten. Das wäre dann ein Risiko zwischen 37,5 bis 45 Punkten. Den Stopp, den man dann hier höher setzt, ein Volatilitätsstopp. Und das Ziel ist, dass es dann einen Rücksetzer gibt, der uns mindestens nochmal in Richtung dieser Region um das Ausbruchniveau zurückführt, welches wir eben hier, also Ausbruchniveau, dieses Level, was eben hier so als, ich nenne es jetzt mal Trend-Support, also Widerstandsregion, fungiert hat. Die Hochs auch dort von vorgestern. Also wir mindestens einen Retest dieser Region zu sehen bekommen. Das wäre ausgehend von einem derzeitigen Niveau ein Rücklauf von roundabout 50 Punkten bei einem Risiko zwischen 37,5 bis 45 Punkten CRV, was leicht besser 1 zu 1 ist. Das ist also ein sehr, 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 sehr aggressives Szenario, aber ein denkbares Szenario. Und ja, das sei es auch zum Donald Jones gewesen. Das ist, wie gesagt, aktuell missfällt mir dieser Move, also missfällt er insofern, als dass ich ihn als nicht nachhaltig erachte. Wobei man allerdings dann auf der Kehrseite auch nicht mit den Bullen jetzt hier in irgendeiner Form in Konflikt treten sollte. Denn wenn diese komplett aus dem Weg treten würden und der Markt es bärisch interpretieren würde, was dort die NFPs veröffentlicht hätten, dann würde man das sehen. Schaut man sich den US-Dollar an. Der Aktienmarkt, der scheint sich derzeit hiervon unbeeindruckt zu zeigen. Und sich gegen diesen Momentum zu stellen, das war tendenziell eigentlich noch nie so eine wirklich gute Idee. Nichtsdestotrotz, wenn ich ein Szenario formulieren würde, dann würde ich es eben, wie gesagt, für die Short-Seite formulieren. Ein kurzes Spritzer jetzt über die Tageshochs. Aggressiv shorten, Market shorten und mit einem Stop von 37,5 bis 45 Punkten eben arbeiten. So, und das sei es meinerseits gewesen. Dann hören wir uns wieder am Montag dann zum DAX Long oder Short. Morgens um 9.02 Uhr zur Markteröffnung im DAX. Sind wir mal gespannt, irgendwo, dass wir im Bereich vielleicht um 11.600 Punkte aus der Handelswoche rausgehen. Vorausgesetzt der Dow Jones, muss man sagen, lässt uns. Oder beziehungsweise die US-Märkte. Und dann formulieren wir eventuell dann ein Szenario. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und bis dahin, habt euch auf jeden Fall wohl. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Erholt euch gut. Und wir sprechen am Montag zusammen. Allerspätestens im Morning-Video um 10.30 Uhr. Macht's gut. Habt euch wohl. Bis dann. Und tschüss. 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 Tschüss.